Eine heiße Gazpacho gebeten. Nichts weiter, weshalb dieser Aufstand. Gazpacho ist ein traditionelles spanisches Gericht, was kalt serviert wird. Haben Sie keine Mikrowelle in der Küche? Dann komme ich auf Ihren Arbeitsplatz und erkläre Ihnen, wie Sie Ihre Arbeit zu verrichten haben. Ich will jetzt eine heiße Gazpacho! Nein! Ich kann dir auf die Suppe bitten! Da ist die Aufheiz! Schön, es reicht! Das war das letzte Mal. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Raus jetzt! Ja, ja. Es wird verkauft, was hier verkauft werden kann. Ja? Die Liebe, Liebe, Sex. Die Seele, es reicht! Die Tradition! Die Tradition! Steck sie dir irgendwo hin, raus jetzt und bist gefeuert! Es reicht! Das tut mir leid. Dann geh mal rauchen. Was wirst du jetzt machen? Der Reisende hat sein Ziel noch nicht erreicht. Er ist noch nicht am Ende. Pass auf dich auf. Jefe! Hasta luego! Mach's gut! Okay. Bis zum schon! Tschüss! Das war's für heute.